Du darfst raten welches Setz dich doch vielleicht komm ich dann drauf Habe ich irgendwas doofes gesagt? Nein, zieh bitte die Strumpfhose nochmal an Die da, die, genau, die hattest du nämlich an Und das habe ich mir gemerkt Das stimmt überhaupt nicht, aber es ist toll Und Mikronährstoff-Coach und Dozentin Du, Vitamin C, das macht nix mal anders Das hast du gemacht 30 und dachte mir, entweder kaufst du dir jetzt ein Porsche Meine Radiergummis operieren Und dann Chirurgen werden wirken Ich kann ja nicht mal Blut sehen Kannst du das? Könntest du wirklich jemanden aufschneiden? Ich äh Das Praktikum, also da Das ist Das ist Ruto bist du interessiert Man kommt auch ohne schlecht zurecht, könnte ich mir vorstellen Ach, ist drauf zu sein, dass man dich eine Zeit lang Halt ich ganz, ganz wichtig Unsere Justiz ist dann noch nicht so weit, dass sie die dann plötzlich Also ich sag mal so, die Penisse sind tatsächlich Ich möchte als Frau und die man nicht gebeten hat Ja Über Rassismus, über Anti sich ändern und die Leute Ja Ein bisschen einfacher Stichwort Furchtlosigkeit Meine Recherchen haben ja gegeben Du hast du Das ist was anderes Ja Und äh Bisher ist es ja auch gut Und dann hieß es, nach 15 Minuten haben sie Muskelkatern Ich war drei Stunden neben dem Ding, damit wir aus allen Positionen drehen Biddelose Bilder, ganz, ganz schlimm Ja Aber ich bin geflogen Zwei Meter hoch So tut, als wäre sie 12 und Es ist 120 Jahre her, aber das ist hier abends in der ARD Das heißt, alle Leute, es interessiert denen Was kannst du da? In den Schuhen wahrscheinlich nichts Aber was, was Ach, komm, wir versuchen mal irgendwas Komm, stell dich mal eben Ja Also Was immer geht Die Armposition ist doch die Lange Arme Und dann vorne schließen Ich hab lange Arme Das sieht super aus Ja Ja Und jetzt machen wir mit den Beinen Die erste Position Schon das ist überaus schmerzhaft So Und dann machen wir noch ein Also in die Beuge gehen Gehen wir mit den Armen nach außen Damit es besonders schön aussieht Im Leben nicht Gott geht das mit dem Rock Sie haben lange drauf hingearbeitet Aber es sieht toll aus Lange und dabei lächeln ist auch ganz wichtig Aber Aber Gut Moschner Dankeschön Gut Moschner Gut Moschner Und dann bei der Konsequen Konsequen